Heute im Studio Susanne Holst. Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Gemeinsam mit Jürgen Klinsmann galt er als Erneuerer des deutschen Fußballs. Viel frischer Wind einst für den DFB und die deutsche Nationalmannschaft, die Oliver Bierhoff 2014 als Teammanager mit Trainer Jogi Löw sogar zum WM-Titel führte. Nach 18 Jahren beim Deutschen Fußballbund ist jetzt Schluss. Nach dem Ausscheiden in der Vorrunde bei der WM in Katar zieht Bierhoff die Konsequenz und verlässt den Verband, um, wie er sagt, den Weg freizumachen für neue Weichenstellungen. Oliver Bierhoff tritt ab, drei Tage nach der Rückkehr aus Katar. Nach dem WM-Debakel gab es gestern Abend kurz nach 22 Uhr die überraschende Mitteilung des DFB. Der bis 2024 dotierte Vertrag mit dem Geschäftsführer wird mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Bierhoff verlässt nach 18 Jahren den Verband. Einige Entscheidungen, von denen wir überzeugt waren, haben sich nicht als die Richtigen erwiesen. Das bedauert niemand mehr als ich. Dafür übernehme ich die Verantwortung. Damit zieht Bierhoff doch persönliche Konsequenzen. Unmittelbar nach dem Ausscheiden hat er noch geäußert, im Amt bleiben zu wollen. Bundestrainer Hansi Flick äußert am Morgen sein großes Bedauern. Meinem Trainerteam und mir fällt im Moment die Vorstellung schwer, wie die durch Olivers Ausscheiden entstehende Lücke fachlich und menschlich geschlossen werden kann. Zusammenhalt war die DNA unseres Teams. 2004 übernahm Bierhoff nach seiner Spielerkarriere den Posten als Manager. 2014 der Höhepunkt mit dem WM-Titel. Negativ werden ihm angelastet seine Marketingkonzepte sowie das zweimalige Scheitern in der WM-Gruppenphase. Nach Sportschau-Informationen hat wohl Matthias Sammer seine Bereitschaft erklärt, zum DFB zurückzukehren. Über Bierhoffs Nachfolger beraten nun die DFB-Gremien.